So, die Fetten, da kommt einer hervor, da kommt gleich einer. Möchtest du zu mir kommen, hm? Genug gegessen, ja? Hm? Bist du bei mir? Ja, holst du noch was, hm? Friedrich? Ja, der Friedrich, hm? Der Friedrich. Der Friedrich. Sie denken, Sie werden schneller. Es gibt ein Rennen. Renn ab. Der Kampf zwischen den echten 405ern und den Möchtegerns. Wir machen Sie platt und nach heute Nacht ist das Thema für immer gegessen. Du bist bei mir, hm? Mein Kleiner. Leider haben wir nur vier Autos. Zwei von uns müssen also öfter fahren. Ich sicher auch. Ich finde das gut. Zwei Siege an einem Wochenende bedeuten mehr Geld. Damit bin ich sehr einverstanden. Die Warenvertreter von Distrikt 405 haben also nur vier Autos. Egal. Ich könnte ja auch an Leideblatt machen. Je öfter ich fahre, desto mehr Geld habe ich am Ende der Nacht. Ich muss los. Lauf ich. Vielen Dank. Vielen Dank.